hallo und moin zu uns let's play mission impossible operation soma das hatte letztes mal so ein bisschen abrupt aufgehört akku war von meiner kamera kein problem ich will diese zähne nicht vorenthalten wir hätten den eingang erreicht mit der maske überraschung dann kenne ich doch den jungen nun hat schon mit jungen korn musste die maske wegschmeißen was war los sagen wir mal so du hältst den anderen typen sehen sollen die johann habe ich früher auch immer gesagt kinn in die faust und magen des kniegeschlagen da ist jemand wir wollen mal hin da ist dieser waffendoktor wissenschaftler großes geschützt das nützt auch nichts wenn wir die jetzt abschalten weil er kommt gleich und schaltet die wieder ein aus geschütze deaktiviert waffen test beendet das nicht mehr haben wir noch genug das war ja so kann man nicht rauf gut dann gehen wir da rein so also leute ich hab's euch hundertmal gesagt diese geschütze müssen 24 stunden am tag anbleiben geschütze aktiviert waffen test ist schnell weg ja ich habe dann mal probleme mit da durchzulaufen am besten einfach durchlaufen haben wir gehört geschütze deaktiviert waffentest beendet nein das kriegen wir das noch warte mal wir haben ja vorhin eins dann hier rein das haben wir auch schon gehört und vorgemacht waffentest ja wunderbar es ist ja irgendwo dieser doktor so ach ist das spannend so die müssen wir jetzt in der hand nehmen dann packen wir den da in die ecke da brauchen wir unsere kabeltrommel wollte ich schon wieder sagen mensch unsere mikrotrommel so die brauchen wir wir haben einen mann verloren das haben wir schon fast geschafft meine güte was ist denn heute mit mir los so ach so das ist ja schön wie fängt da wieder an das sicherheitssystem ist durchbrochen worden fügt erstmal an die schnauze dann nehmen wir ihn so ich glaube gar nichts was ich glaube gar nichts war da okay da okay das nervt aber auch naja gut ich werde das jetzt nicht stoppen da da habt ihr ein bisschen verständnis für da klappt nicht immer alles so wie man sich das vornimmt ist ja auch nur ein spiel in der brühe würde ich sowieso nicht bahnen das sicherheitssystem ist durchbrochen nimm den blödmann da so 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 und mit dem kabel trommel nehmen Ja, die Warnmeld, so, dann ist es da, ok, mal gucken wir was wieder, jetzt funktioniert jetzt geht er da hin, das könnte was werden, was war das denn jetzt, vom Gila ist das denn jetzt, ne, das nervt das, ne, meine Güte, oder bin ich gar nicht so fit, passiert auch mal, es ist Moors Jacke wie Hulle, so, nehm den Heini, na los, so, obwohl ich habe ja einen gesprung, ich verstehe gar nicht, wieso der nicht reagiert, ne, so, ablegen, die Baume, genau, so, wo ist der jetzt, das Blöde an dieser X-Box Alt ist die Tessatur meiner Kameraführung, das Nähe, so. Kameraführung Gut, dann hat es endlich geschafft. So, der kriegt noch einen, den nehmen wir dann nochmal in die Ecke, der kommt da hin, mit, ach da, siehst du, das ist ja schön, ja, das haben wir noch gekriegt, so, was ist das jetzt, was ist das jetzt, was ist für eine Rauchklette, aber nichts mehr, zack, okay, dann schalten wir noch aus. Hier kommt eine Termination, wir müssen jetzt hier irgendwo rein, weiß nicht genau wo. Ach, da oben. Okay. Dann müssen wir dann hier aber auch von da rankommen, oder? da. 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 ganz einfach ich wollte doch an und für sich da in die man und jeder der wahl so und dann so war und jetzt würde ich sagen auch mir erst mal einen schnitt ist ja erst mal tüsten